Mein Name ist Guido Walliser. Ich bin Leiter der Steinverredelung der Firma Hegni AG in Zürich. Da ich bald einmal in die Pension gehe, suche ich einen Nachfolger. Wir sind auf der Suche nach einem engagierten Mitarbeiter, der Erfahrung in der Natursteinbranche hat und in der Lage ist, ein Team zu führen. Du solltest bereit sein, am Morgen früh aufzustehen und mit anzupacken. Ein gutes Auftreten, auch ein gewisses Mass an Humor sind ebenfalls erwünscht. Was können wir bieten? Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in der Steinbranche. Die Möglichkeit, ein Team zu führen und Verantwortung zu übernehmen. Ein angenehmes Arbeitsumfeld und ein motiviertes Team. Natürlich einen angemessenen Lohn und attraktive Sozialleistung. Wenn du diese angesprochen fühlst und die Anforderungen erfüllst, freuen wir uns sehr auf deine Bewerbung. Weitere Informationen über die Firma Hegni findest du auf unserer Homepage. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020